Willkommen, liebe Skylander Fans, zu einem neuen Wunsch-Duell. Und wie immer dabei ist meine Erzfeindin, meine Freundin. Hallo, Schatz. Hallo. Ähm, wir haben uns geeinigt, heute auf den Gefängnisinseln zu kämpfen. Und da werden zum einen Eyebrawl, den meine Freundin benutzen wird. Pass auf, dass ich dir nicht gleich das Auge rausschlage, mein Freund. Gegen Schwumboom, den ich benutzen werde Level 15. Eyeball müsste Level 13, glaube ich, sein. Werden wir aber gleich sehen. Eigentlich sieht es nach einer ganz, ganz klaren Angelegenheit aus. Aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, denn Schwumboom hat ein paar geile Aktionen drauf, wo ich den Gegner bis zu 180 Schaden auf einmal zufügen kann. Und das versuche ich jetzt einfach. Ja, hast nur drauf gewartet. Oh, schon wieder. Lass mich in Ruhe. Ja, du kommst da einfach so durch, ey. Ja, die Stunny-Brawl. Ah, 2x4, 19. Oh nein, bitte nicht. Oh, lass mich in Ruhe mit da... Ich schriege in Ruhe. Oh, hohe. Nein! Ach, ich glaub das nicht. Oh, war das knapp. Oh, das kann ich aber nicht so auf mir sitzen lassen. Krieg ich eine Revanche? Ja. Ey, das war ja wirklich knapp. Na, also damit habe ich ja schon beim ersten Kampf ja gar nicht mit gerechnet. Cool, der Kampf ging nur 38 Sekunden. Und das war so knapp gewesen. Das war schon krass. Ja, dann drück mal drauf auf den Hobel da. Dann machen wir nochmal. Und jetzt gewinne ich hundertprozentig. Das war aber wirklich knapp auf einem. Auf einmal hast du ja gar kein Leben mehr gehabt. Das kam aber, glaube ich, weil ich dann ein bisschen dich aufgetroffen habe. Du hast dein Auge ja rausgeholt. Ja, doch. Oh nein, bitte nicht. Ach, jetzt. Jawohl, sofort 140. Und wieder. Ich lass mir ein paar Pilschen. Und jetzt explodieren. Ja, die Haft. Und jetzt ziehen wir richtig schön nach hinten. Komm, komm, komm. Du hör auf die ganze Zeit zu hauen. Dann haue ich jetzt ab. Ah nein. Tschüss. Ja, toll. Das war ja nicht. Ja, und? Du. Ja, wir haben jetzt ja auch gemäß. Und jetzt sind wir gesunde Fehler. Dann war der Fehler. Und ab der Fischneider daneben. Oh, 30, 30, 30, 30, 30, 50. Oh, Pils. Pilsche. Jawohl. Ja, habe ich doch gesagt. Jetzt habe ich mal einen rausgeholt. Schwum, boom. Ist wirklich stark, muss ich sagen. Also, das ist schon echt, ähm. Der ist schon krass, ne? Was der für Angriffe drauf hat? Na komm, jetzt machen wir Entscheidungs-Kampf. Jetzt steht 1-1. Und jetzt alles oder nichts, okay? Alles oder nichts jetzt. So, zack. Ich muss dich ja nur mit, wenn der Schwum-Boom sich selber schleudert, der zieht ja bis zu 180 manchmal. Und das ist ja schon krass. So, und jetzt lasse ich dich mal kommen. Du wartest doch nur immer da hinten, das ist das. Ich habe den Falsch genommen. Oh nein, ich habe den Falsch genommen. Oh nein, oh nein, oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ah, rein. Aber du kannst ja sofort wieder hinterher. Ich habe gar keine andere Chance als dieses Ding jetzt. Jetzt hat sie das auch. Das war taktisch. Das war bestimmte Taktik von dir. Du wusstest ganz genau, das... Oh, weg, 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 essen. Aus dem Boden. Oh, ich habe nur noch 36. Ich blinte ja schon. Aber lass mich hier nur nicht, 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 nicht. Nein, jetzt ist eine Sperre. Nein. Oh, ich muss hier weg. Ich bin ja nicht so schnell. Aber mit dem Auge war eine Taktik, ne? Hast du dir sogar, jetzt hole ich das Auge raus, ne? Und dann kommt der Blödmann doch sowieso, ne? Ja, das stimmt. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Welche Wunschkämpfe ihr sehen wollt, habt. Unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wuiß baj bin, jetzt merkenci mich. Ciao. Tschüss.